Grundsätzlich kann ich eigentlich alle nicht klar sein, oder fast alle nicht. Wenigstens nicht. Eigentlich freut man sich einfach niemanden, wenn der dann absteigt oder so. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich mal Jubel da gestanden bin und habe gesagt, super, jetzt sind die abgestiegen. Jetzt spielen wir gegen Augsburg und wir haben ja letztes Jahr gegen Köln, das war ja eine andere Situation, auch gespielt gehabt. Wir sind nicht im Verdacht, mal ein paar Prozent weniger zu tun, um irgendjemandem zu helfen. Wenn es dann mal so wäre, dann hören wir auf und gehen spazieren. Das machen wir nicht. Wir wollen jeden bekämpfen und wollen alles dafür tun, dass wir Augsburg schlagen. Und natürlich würde man dann jemandem helfen, dann ist es ja auch schön.